Sein Freund ermordet. Jetzt muss der Kronzeuge nach Berlin. Von allen gejagt. Kannst du was machen Sie denn da? Entschuldigung, ich werde bedroht. Können Sie niemandem trauen. Ist doch jetzt was Benzin ausgegangen, ihr Arschlöcher! Nicht mal dem eigenen Team. Sie meinen, ich bin der Verräter? Alarm für Cobra 11.